So, wir sind hier im Mövenpick in Laguna. Das ist total schön. Also hier sind alles einzelne kleine Lagunen, die angelegt sind. Super, super schön, wirklich. Und dann sind hier auch kleine Inseln. Also es ist total schön. Es ist wirklich, ich finde, das ist mit einer der schönsten Orte hier in Ägypten, wo man Urlaub machen kann. Also sehr, sehr schön, wirklich.